Rezepte ohne Eismaschine Wenn es heiß ist, muss ein Eis her, ob als Kugel oder Eis am Stiel, ist dabei fast egal. Letzteres hat den Vorteil, dass man es auch ohne Eismaschine schnell selbst in seine Lieblingsgeschmackssorte anrühren kann. Es muss kalt sein, fruchtig oder sahnig und richtig auf der Zunge bitzeln. Für den Genuss muss Eis aber nicht unbedingt als Kugeln serviert werden. Auch am Stiel schmeckt das Gefrorene, und das kann jeder zu Hause ganz leicht selber machen, sogar ohne Eismaschine. Es gibt zum Beispiel Silikonformen für Eis am Stiel, auch Eispops genannt. Aber auch alte Joghurtbecher oder kleine Plastikgläser eignen sich, sagt die Kochbuchautorin Usch von der Wenden. In solcher oder auch andere kalt ausgespülten Formen wird die Eismasse gefüllt. Als Stiele eignen sich breite Cocktailstäbchen, Trinkhalme oder Espresso-Löffel. Statt Holzstäbchen können auch Lakritzstangen als Stiele verwendet werden, erklärt der Konditor Joachim Habiger, Inhaber der Kreativwerkstatt Süßdeco. Eine andere Variante sind aus Mürbdeig hergestellte dickere Gebäckstangen als Stiele. Der Vorteil von Lakritz oder Mürbdeigstangen, es fällt kein Abfall an, es kann alles gegessen werden. Auch bei der Eismasse an sich ist alles möglich, was einem schmeckt. Man kann die jeweilige Sorte zum Beispiel auch Zucker- und Lektosefrei zubereiten, sagt Kochbuchautorin Christina Richon. Eispops, lege und tropisch schmeckt eine Kombination aus Kokos und Mangopiré, das tiefgefroren wird. Quelle, Klaus-Maria Einwanger-Greffe und unser-Deutsche-Presseagentur TMN Erfrischend kann ein Eis am Stiel mit pürierten Äpfeln, Gurken, Kiwi und Sahne sein, wie von der Winden sagt. In die Masse können nach Belieben auch kleingewürfelte Äpfel oder Gurken gerührt werden. Oder wie wäre es mit einem Eis am Stiel mit sommerlichen Gewürzen? Hierfür hat von der Winden ein Rezept, ein bunt frisches Basilikum und vier Stängelminze werden gewaschen und trocken geschüttelt. Anschließend die Blätter abzupfen, grob hacken und in eine Schüssel geben. Dann eine unbehandelte Zitrone aussprissen und von der Schale etwas abreiben. Jetzt wird der Abrieb mit dem Saft und 150 Gramm Puderzucker zu den Kräutern gegeben. 700 Gramm Naturjoghurt zufügen und alles pürieren. Nun eine Prise frisch gemahlenen weißen Pfeffer darüber reiben und alles in Formen füllen. Die Stiele einsetzen und für mindestens fünf Stunden ab ins Gefrierfach. Dieses Eis mit seinem erfrischendem Aroma kühlt besonders an heißen Tagen, sagt von der Winden. Wer ihr Vanillerschmand-Eis am Stiel mit einem Fruchtüberzug mag, kann ein Rezept von Richon ausprobieren, eine Vanilleschote aufschlitzen, das mag herauskratzen und mit 180 Millilitern Vollmilch in einen Topf geben. Milch unter Rühren aufkochen und bei schwacher Hitze fünf Minuten köcheln lassen. Den Topf vom Herd nehmen. Ein Eigelb mit zwei Esslöffeln warmer Milch verrühren und unter die übrige Milch ziehen. Eispops aus Sahne, Schmang und Vanille, ein Überzug aus Beeren sorgt für die fruchtige Note. Quelle, Klaus-Maria Einwanger-Gräfe und unser schrägstrich deutsche Presseagentur TMN. Die Masse unter Rühren wieder erwärmen, aber nicht kochen. Wenn sie leicht cremmig ist, den Topf in eine Schüssel mit eiskaltem Wasser stellen und abkühlen lassen. Die Masse ab und zu umrühren, die Vanilleschote entfernen. 70 Gramm Schmand mit 50 Gramm Puderzucker verrühren. 80 Gramm Sahne steif schlagen und mit dem Schmand in die Milch geben. In Formen füllen und mindestens vier Stunden gefrieren lassen. Für den Fruchtüberzug am Filtrichon, 150 Gramm gemischte Beeren mit anderthalb Esslöffeln Puderzucker fein zu pürieren. Diese Masse durch ein Sieb streichen und bis zum Servieren kalt stellen. Das Eis aus den Formen nehmen und in die Fruchtsauce tauchen. Noch einmal das Eis am Stiel 5 bis 10 Minuten gefrieren lassen und dann genießen. Liebe Leserinnen und Leser, Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen. Schon jetzt werden Sie vereinzelt wieder auf Kommentarbereiche stoßen. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie in unseren FAQ. Leider konnten wir alte Accounts und Kommentare nicht übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gerne auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team A.F.G.K.L.R.